Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute ein kurzes Update zum Gewinnspiel für morgen. Ich habe mir gedacht, wir machen nochmal ganz kurz ein ganz ganz kurzes Update für euch, weil morgen Abend um 20 Uhr das Gewinnspiel ausläuft, dass auch jeder Bescheid weiß, wie das funktioniert. Wir werden um 20 Uhr die Kommentare einstellen zu zählen, das heißt alle Kommentare auswerten, entsprechend durch ein Auslosungstool jagen und dann die Gewinner bekannt geben. Jetzt ist es ja so, ich habe ja in die Beschreibung geschrieben, dass wenn der erste Gewinner gezogen wird, hat er 24 Stunden Zeit, sich zu melden, dann kann er seinen Gewinn aussuchen, dann geht es weiter mit dem Nächsten. Im ungünstigsten Fall läuft für uns dann das Gewinnspiel 49 Tage. Genau deshalb machen wir jetzt nochmal kurz dieses Video. Bleibt am Ball, 20 Uhr ist Ende der ganzen Geschichte, das heißt wir brauchen nochmal plus minus 1-2 Stunden, um die Sachen auszuzählen und dann geht es los mit der Auszählung und entsprechend dann solltet ihr am Start, sein oder spätestens Samstag gucken. Schaut auch immer wieder auf die Webseite, das ist einfacher als in den Kommentaren zu schauen, da gibt es nochmal einen extra Blogpost, wo die Gewinner dann auch wirklich live 1-zu-1 nochmal schriftlich verkündet werden. Das war es eigentlich schon, viel Spaß, viel Glück, morgen Abend geht es los. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020